Hey Leute, was geht? Wie ist es wieder? Ich bin Josh mit einem brandneuen Part von Joshi's Holy Word. Wir sind mit der Welt-Spy komplett fertig und machen uns auf zur Welt-Gry 1 und Joshi's Cookies. Oh ja, geil, wir kriegen Kekse. Wollt ihr Kekse? Kommt mal vorbei. Wir haben nämlich hier sehr viele Kekse. So, dann schauen wir mal, was für Kekse wir denn Bestimmtes kriegen. Bestimmt irgendwelche Oreos oder sonst was. Haha, nein. Ich denke mal nicht. Okay, mal gucken. Äh, ja, okay. Zumindest sieht es interessant aus, muss man zugeben. Uh, oh. Also kann man es natürlich auch machen. Hui, mal her. Die ganze Dinger. Oh. Ich hätte auch anderen Weg nehmen können. Okay. Nimm ein. Gut, boom. Ah, okay. Ich nehme mich mal mit. Äh, oh. Das Ding fällt um. Interessant. Interessant. Und kommst du mal raus, Kleiner? Gut. Vielen Dank, dass du für mich dich opferst. Yay. Hihihi. Gut. Anscheinend sehe ich hier sehr viele Kekse. Oh, cool. Da oben ist auf jeden Fall so ein bisschen was Cooles. Ups. Entschuldigung. Aber wie komme ich da jetzt? Ah, okay. Ich sage halt auf die andere Seite. So, der fällt mal bitte um. Cool. Und ab. Ja, wir haben es erreicht. Cool. So, haben wir hier noch? So, vielleicht noch irgendwas versteckt. Ich glaube aber... Oh Gott, ne. Das war gerade knapp. Hm. Aber ich kann auch einfach rüberspringen. Ich muss ja nicht einfach hier das Ding anschließen. Nutzt, glaube ich, zum Hochkommen. Das ist praktisch. So, bumm. Gut. Achso. Wart. Warum ist denn da jetzt ein Keks? Das ist mir sehr noch... Ah, ja. Ein geheimer Versteck. Hm. Ich muss ja auch richtig gut aufpassen. Oh. Und hier haben wir eine Blume. Yay. Okay. Komm ich da irgendwie hoch? Ne, anscheinend nicht. Okay. Lassen wir es einfach mal so sein. Oh, cool. Oh, bumm. So, dich nehme ich mit. Hallo, ich wollte dich mitnehmen. Oh, Gott. Ja, man, scheint wieder was gefunden. Gut. So. Du bist dort. Gut. Hui. So. Dann schießt mich mal nach oben, Leute. So, ich warte noch kurz auf ein paar Leute hier. Hui. Oh, cool. Ich muss halt noch kurz eben warten. Komm ich... Ich komm... Müsste da eigentlich hochkommen, wenn dann gleich das nächste Ding kommt. Boom. Ah, okay. Perfekt. Ja, ich bin hier oben. Und hier gibt es sogar noch eine Wolle. Cool. Oh, shit. Nein. Nein, ich will das Ding noch haben. Ah, okay. Schließen wir einfach das Ding nach oben. So. Perfekt. Perfekt gelaufen für uns. So. Man findet ja auch recht viele Sachen mittlerweile. Wir haben schon so viele Stimmen. Das ist interessant. Gut. Und ein Upp, Schuss. Ah, cool. Okay, das Ding meint, sich wieder abzubauen. Gut. Mein. So. Gut. Ich komme wieder hoch. Juhu. Wir sind oben. Mal gucken, was uns hier wartet. Oh, Gott. Ups. Warte ich gar nicht. Warte eigentlich da drin bleiben. Aber... Hm. Siehst du ja noch ein... Schnell... Sei schnell. Jetzt kriegst du ja hier Ärger. Scheiße. Okay, ich habe es gelingekriegt. Gerade so. Interessant. Gott. Ist alles gut gelaufen. Für uns. Ich dachte, ich würde es nicht mal schaffen, aber... Na, wer weiß. Wir haben es ja geschafft. Und da passt es ja. Gut. Ich wollte halt hier nochmal kurz sicher gehen, dass wir auch nichts verpasst haben. So. Wir hatten ja Schaden letztens gekriegt dadurch. Hm. Okay. Hier oben waren wir ja. Gut. Dann lasst es mal weiter gehen. Die Kekse werden uns bestimmt nicht umbringen. Hoffe ich zumindest. Das wäre es noch. Wenn uns Kekse umbringen würden. Na. Okay. Gut. So. Boom, 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 boom. Ah, ich mag die Musik voll. Und Bäm. Okay. Okay. Dann schließe ich dich eben nach oben. Oh, cool. Unsere dritte Wolle. Hahaha. Das klickt, dass du uns triffst damit. Hahaha. Gut. Hm. So. Oh. Da haben wir anscheinend wieder was gefunden. Gut. Oh, cool. So. Kriegen wir was Besonderes? Ne. Nur irgendwelche Stempel. Aber es ist auch schon mal was. Gut. So. Hallo, Leute. Ach, die Musik ist so geil. 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 Dann gucken wir mal. So müsste es eigentlich hinhauen. Ah, ja. Danke. Leut. Wie komme ich? Boah, Mann. Please. Und so komme ich jetzt sowieso nie durch. Gut. Ich glaube, wir haben hier nichts in der Nähe, was ich gebrauchen kann. Ich fühle mich getreut. Gut. So. Zack, zack, zack. Gut. Und das muss jetzt reichen, um da ranzukommen. Gut. Müsst du eigentlich so passen? Hallo, meine Kleinen. Alles gut? Boom. Oh. Boom. Boom. Gut. Oh, cool. Ist sogar was versteckt gewesen. Kriegen wir... Oh, okay. So, hier haben wir sogar auch noch mal eine. Und sogar noch eine Blume. Yay. Und so ein... Äh... Ja. Wie man... Wie soll man das nennen? So ein... Äh... Acht... Acht-Bit-Ding. So. Dann nehme ich dich mal mit. So. Jetzt kannst du hier vorsichtig durch. Und gucken, was uns dort unten erwartet. Oh Gott, ne. Wird ja auf jeden Fall wieder Spaß. Spaßig werden, hier. Aber es müsste auf jeden Fall... Oh Gott, please. Oh Gott, geschafft. Oh Mann. Ich heiße diese Dinger. Gut. Vierte... Äh, ja, okay. Sieht eigentlich recht gut aus für uns. Da müssten wir eigentlich am Ende noch recht viele Stempel noch bekommen. Und die letzte Rolle. Und das andere Ding finden wir bestimmt auch noch. Ich will nur kurz gucken. Ne, da komme ich nicht lang. Gut. Ich will nur checken, ja. Ob ich da überhaupt was machen kann. Müssen wir eigentlich gleich... Ja, ein Checkpoint. Juhu. Geil. So, dann gib mal wieder was. Hey, hey, hey. Hier, hier. Oh, shit. Okay. Hm. Gut. Ich habe eine Idee. Ah, nee. So klappt das auf jeden Fall nicht. So, zack. Gut. Aber wir müssen halt mal gucken, ob ich... Ah ja, okay. Da komme ich locker hoch. Gut. Auch noch ein paar Stempel für uns. Ach so, ich hatte auch das Ding. Okay. Wenn man es sich schwer macht... Passt schon irgendwie. Gut. Ich denke mal, wir können da irgendwie hoch, oder? Sieht sehr danach aus. Naja, weiter höher komme ich nicht. Gut. Oh, cool. Die letzte Wolle. Müsst meine ich gleich noch einen... Ne Blumen kriegen. Oh. Ja. Das war jetzt... Scheiß. Ah, Gott. Blie. Au. Ist doch ein Arschloch. Okay. Das war jetzt kein Zufall, dass ich da was gefunden habe. Okay, leben. Gut. Boom. So. Müssen wir halt kurz noch was warten. Ach, hier haben wir auch noch was. Gut. Oh, shit. Ich bin dumm. Ja. Na, mach mal lieber. Direkt. Oh, cool. Gut. Und boom. Ah, bitte. Und boom. Cool. So, komme ich sogar alles hoch. Oh, cool. Da ist sogar noch die letzte Blume. Kriegen wir noch unseren letzten... ...Stempel? Es fehlen auf jeden Fall noch zwei. Mal gucken, ob wir die noch finden. Letzte Stempel müssten hier gleich sein. Zumindest sieht es dann noch aus. So, warten. Und weiter geht's. Gut. Einen Stempel haben wir. Müsste der nächste wahrscheinlich hier gleich trübeln sein. Gut. Sieht es mir so gut aus. Oh, ja. Und wir haben das Level zu 100%. Das ist geil. Auf jeden Fall ist es richtig geil geworden für uns. Und von daher würde ich dann... Ne. Oh, scheiße. Wir haben hier noch ein Bonus-Spiel. Nein. Bonus-Spiel. Geht aber gar nicht klar hier. Okay. Entschuldigung. Gut. Mit unserem V-Yoshi haben wir das erste Level erfolgreich abgeschlossen in der Overworld-Cry. Hm. Der Overworld-Cry sieht auf jeden Fall sehr geil aus, meiner Meinung nach. Gut. Ach so, so ein Rätsel. Ach man. Ich dachte, wir kriegen was Neues. Anstatt so wieder was Altes. Ausgelutschtes. Gut. Okay. Ich kriege das sowieso nicht mehr hin. Gut. Nehmt das Ding mit. So. Jetzt warten wir noch kurz eben. Zack. 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 Und wir kriegen sogar noch drei Sekunden extra. Woi. Geil. Geschafft. Alles gut. Ah, wir sind auch recht fix heute unterwegs gewesen. Das Level war auf jeden Fall relativ kurz. Muss man echt zugeben. Gut. Dann passt es ja. Okay. Und was kriegen wir als nächstes Level? Das würde mich echt wundern. Aber davor kriegen wir erstmal einen neuen Yashi. Oh Gott. Oh, sieht da süß aus. Ein Keks, Yashi, oder? Oh, gucky, Yashi. Yay. Geil. Oh, wie süß. Hm. Oh, cool. Raketen. Hm. Okay. Das erinnert mich gerade irgendwie an das Level. Äh. Du bist also aus der Stage von Smash Bros. Aber. Ich muss euch leider enttäuschen. Wir werden das leider erst im nächsten Mal sehen. Ach man, das ist traurig. Ja, okay. Bis dann. Und. Schau. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Schö. Nein. Ah, Mann. Nein. 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 Ja, natürlich macht er Volltreffer. Natürlich. Warum auch nicht? Nö. Das ist immer so. Oh. Ich bin der Simsala. Ich bin hier voll der Checkerswager. Ja, ist ja nicht so. Ich mache 5 Dollar Bitchcore. Hm. Oh. Alter. Vielen Dank.